hallöchen und willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal schön dass du da bist so sprich mal noch g so So, dann bauen wir mal ein kleines Haus. Aber erstmal brauchen wir Platz, sonst geht das nicht. Achso, ja. Hab doch genug. Diesmal würde ich ein bisschen versuchen vielleicht nicht gerade Dati-Häuser zu bauen, wo Materialien, wo das, was wir brauchen Das ist mir letztens auch wieder passiert Ah, wieder zwei Stämmen Ja, das ist zwar am Anfang leider so aber dann bist du wieder auch nur am Rennen Ja, das ist mir ganz schön Ja, das ist mir ganz schön So, jetzt gehen wir mal kurz da Machen wir mal eine linke Tür draus Ai, ai, ai Ich will es gar nicht mehr sehen wie es bei dem Zombie nachher wird wenn man sich da ein Haus bauen will Mit den viereckigen Klötzen da Bretter brauchen wir schon wieder Habe ich nicht noch Da holen wir uns ein bisschen ein paar Stämme Ja, sag ich ja Das Craften, das Das dauert noch weiter Kurze Frage Mag schon mit in den DC reinkommen oder Gerade, gerade schlecht Na So Okay Ach Ach, das Ding Krönster Guck mal, wie es alles schön da runterfallen Ist das nicht effiziente Arbeit Ach, ha jemine Ah Da Das Da 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 Be Da Da So, jawohl Zwei Stämme brauchen wir noch, dann holen wir die uns mal Dann haben wir nämlich jetzt schon mal unser Häuschen fertig gebaut Ah, Stein, alles klar Zwei Stück noch Achso, das war die Falkel Wanns wurde auch das sieben? Da essen wir den Fisch Na Das war das, neun Steine Dreimal Brennholz Das ist Stock Einmal genau Äh, hallo Hallo Oder so Machen wir halt unsere Äxte kaputt Passt doch Oh, ich brauch bald neun Hämmer 2, 3, 4, 5, 6 Dann ist unser In der Mitte fertig So, Stroh brauchen wir Haben wir noch Gras Ah, nicht viel So Gott, jetzt bekommt mal was mit Hört mal was von dem Spiel Ah, jetzt ja Lol Lol So So Geil Ein Schlag und der Hammer ist kaputt Find ich auch nicht schlecht, ne Also Also Machen wir uns mal direkt Ein paar vorrinne Schal Pess, das ist komisch So, da haben wir das Hütchen Die Hütte Wie er sich freut Ich hab ein Haus gebaut Und Also Also Ich habe ein Haus gebaut Und Ich hab ein Haus gebaut Untertitelung. BR 2018 So, genau, dann... Lade mal am besten jetzt erstmal Akku ein. Sich uns mit in das Dorf anzuschließen. Ja, so weit lasse ich hier wieder gutes Holz hier rumliegen. Ey, auch geil. Ha, 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 ha. So. So, ähm... Ähm, Charakter, Dynastie, Dorf. Oh, wie nennt man denn das Dorf? Ähm... Dorf der Weisheit, Bevölkerung auszuweisen. So. So, und jetzt holen wir uns auf jeden Fall erstmal... Mano, was wär, wär's wär besser? Sammel oder Holzfäller? Weil ich hab ja letztens einen Fehler gemacht... ...den Holzfäller zuerst gebaut, statt den Sammler. Weil dann könnte nämlich Akku nämlich direkt anfangen zu sammeln. Für die Sammelhütte. Das wär nämlich gar nicht mehr so schlecht. Alter, würde ich nämlich hier die Sammlerhütte hinbauen. Geht beides, muss nur schnell rum. Ja, das stimmt. So, schärkst holen. Ja, gut. Sag mal so, ich will später sowieso versuchen, dass mir ein bisschen... Wie heißt's? Äh... Wenn du Pfeile baust bei der... ...bei der Jagdhütte, dass wir da ein paar Kisten bauen, ne? Schnellzugriff haben, quasi. So, die Sammlerhütte. Sammlerhütte. Genau. Da ist das Haus. Da ist hin und hier. So. Stämme. Da ist da. Ja. So. 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 geht beide, müssen wir schnell Rohstoffe sammeln, damit wir die Häuser bauen ja genau das stimmt aber Hauptsache, dass die schon mal ein bisschen was sammeln können aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, wäre eigentlich der Holzfäller besser gewesen so kann aufgrund nicht verändert werden, also so, dann haben wir die Exel da haben wir so ja 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 ja